Das ist die Aufzeichnung an und dann starten wir jetzt mit unserem Special Part. Und zwar haben wir da jetzt nochmal eine richtige Rakete eingeladen. Ich kenne sie auch schon sehr, sehr lange. Tatsächlich, dadurch, dass ich auch schon acht Jahre dabei bin. Und die liebe Andrea, die ist auch schon mittlerweile seit 2015 dabei. Sie ist 54 Jahre jung und hat das damals 2015 nebenberuflich gestartet. Sie ist ursprünglich, hat sie schon 30 Jahre als Verkaufsleiterin gearbeitet. Und ja, mittlerweile macht sie das Ganze hauptberuflich. Darüber wird sie gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Denn sie macht mit ihrem Team mittlerweile schon über 1,2 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Also unglaublich, was da mittlerweile entstanden ist. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Andrea Skrotzki. Vielen lieben Dank, Flo, für die tolle Anmoderation. Und ja, Katharina, was für eine tolle Geschäftspräse. So kurzfristig eingestiegen und voller Elam und voller Motivation und Begeisterung. Richtig, richtig, richtig großartig. Ich musste zwischendurch immer schmunzeln, weil das hätte von mir kommen können. Also richtig, richtig cool. Ja, also wie der liebe Flo schon gesagt hat, Andrea Skrotzki, ich bin noch zwei Tage, 54 Jahre alt. Ja, die Zeit vergeht, das ist leider so. Lebe in Schloss Rittling, es ist in Hannover, Gabsen mit meinem Lebensgefährten, der Heiko, seit 22 Jahren. Sozusagen in wilder Ehe. Also ich habe mich immer noch nicht getraut zu heiraten. Wir haben eine gemeinsame 15-jährige Tochter und vor acht Jahren bin ich sozusagen zur PM gekommen. Hauptberuflich war ich Verkaufsleiterin. Das heißt, ich habe Bäckerei-Fachverkäuferin ganz einfach gelernt und habe mich dann hochgearbeitet in meinem Job. Also ich habe mich nach der Ausbildung, war ich nach einem halben Jahr schon Filialeiterin und dann Bereichsleiterin und so weiter. Da habe ich verschiedene Sachen gemacht, wie Ausbildung der Eignungsprüfung. Also ich war immer ein sehr fleißiges Mädel, so von damals so aus den 70er Jahren, sage ich mal. Ich war immer, wenn Hilfe gebraucht wurde, dann hat Andrea gesagt, ich mache das schon. Und wenn jemand ausgefallen ist, hat Andrea gesagt, kein Problem, ich springe ein. Und somit war ich immer extremst fleißig. Und ja, das führte dann irgendwann dazu. Ich habe ziemliche gesundheitliche Herausforderungen gehabt. und habe sehr spät meine Tochter bekommen, also mit knapp 40. Das war schon so ein bisschen schwierig. Und die Arbeit, das war halt immer mega stressig. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet. Aber wie gesagt, auch gerne. Ich habe das wirklich auch gerne gemacht. Aber irgendwann ist die Gesundheit dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und dann ging es mir total mies, so vor ungefähr acht Jahren. Und habe dann mit einer Heilpraktikerin, habe Monopräparate benutzt und habe gedacht, es geht mir dann vielleicht ein bisschen besser. Konnte nachts nicht schlafen. Das war so mein Hauptproblem, weil ich einfach, ja, dieser Stress halt, das kennt der eine oder andere ja vielleicht auch, der hier ganz normal im Berufsleben ist und alles geben will. Wir wollen Zuwendung haben. Wir wollen Anerkennung haben. Wir wollen, dass der Chef sagt, hast du wieder toll gemacht, Schätzelein. Dann fühlen wir uns gut, auch wenn wir nicht ganz so viel dabei verliehen. Und ja, dann habe ich zehn Wochen mit der Heilpraktikerin herum experimentiert, wie gesagt. Und es hat mich so 15 Prozent, wurde es besser. Und die liebe Michi ist in dieser Zeit, die Michi Kluge, die kennt er sicherlich auch, die ist in der Zeit, hat die zu mir gesagt, Schätzelein, du bist so beschissen aus, aber ernsthaft so beschissen, voll die dicken Augenränder, du musst die Produkte probieren. Da habe ich gesagt, morgens ein Tütchen, abends ein Tütchen und dann läuft das, ne? Ja, ist klar, logisch. Naja, auf jeden Fall habe ich das nicht gemacht. Habe, wie gesagt, die Geschichte mit der Heilpraktikerin und habe dann aber gemerkt, dass es mir wirklich nicht besser geht. Und habe gedacht, weißt du was, so wie Katha jetzt auch erzählt hat, du kannst das machen, du kannst es lassen. Aber ich habe gedacht, weißt du was, ich habe nur eine Gesundheit und es geht mir nicht gut, ich kann nicht schlafen, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil ich kann das ja innerhalb von 30 Tagen wieder zurückschicken. Also hat die Andrea gesagt, stellt es jetzt gleich mal. Der Heiko, der hat gesagt, das ist alles viel zu teuer, wenn wir das zu zweit bestellen, können wir uns klein waren, finanzieren. Schlussendlich hat er gesagt, ja gut, dann probiere ich das auch mal mit. Naja, so sind wir dann zu den Produkten gekommen. Und was bei mir, es hat sich unheimlich schnell was verändert, weil auch, wie Katharina in der Präsentation gesagt hat, wir brauchen Nähr- und Vitalstoffe, die sind mega wichtig für unseren Körper, weil wir bekommen das nicht über die normale Nahrung schaffen das 2%. A, es ist wahnsinnig teuer, sich das wirklich frisch und saisonal zu kaufen. Und deshalb ist das hier ein ganz, ganz toller Lückenfüller. Also ich konnte nach 5 Tagen schlafen und bin losgegangen wie ein Kronenleuchter, würde ich sagen. Also ich habe alle angezündet, ich habe mit jedem gequatscht, ich habe gar nicht mehr aufgehört zu quatschen. Heiko zwischendurch, wenn wir Besuch bekamen, hat er gesagt, hier, rote Ampel, jetzt hören wir auf, davon zu reden. Das wollen die alle gar nicht hören. Aber ich war so begeistert. Und um mich herum ist dann, ja, dann haben die gesagt, Mensch, Andrea, du siehst ja toll aus, was hast du denn gemacht? Oh, ich habe was ganz Tolles kennengelernt, das kann ich euch nur empfehlen. Somit kam da natürlich ganz, ganz, ganz viel Bewegung rein. Dann war ich innerhalb von sechs Monaten International Marketing Manager mit dieser Begeisterung einfach und, ja, da ist schon unheimlich viel passiert. Ich habe dann gemerkt, dass es mir mit den Produkten gut geht, dass ich mich immer mehr von meinem Hauptjob entferne, weil ich gesehen habe, dass Menschen also wirklich tolle Resultate haben, mich kontaktiert haben, auch alte Leute, sage ich mal, die wirklich gesundheitlich sind, ja nicht nur altes, aber auch junge Leute, gesundheitliche Herausforderungen, wo ich gesagt habe, nehmen Sie einfach ein Blutbild, probieren Sie es 90 Tage und nach 90 Tagen wieder ein Blutbild. Und wo dann die Tablettenzufuhr, ja, reduziert wurde, bis über in einem Zeitraum von neun Monaten, man kann das jetzt nicht von jedem sagen, aber so wahnsinnig viel, die gesagt haben, Mensch, Frau Skotsky, Andrea, das ist der Wahnsinn, diese Produkte sind so toll, ich hätte das nie gedacht, wenn ich die nicht wirklich probiert hätte. Und das hat mich dann irgendwann zu dem Entschluss gebracht, dass ich immer mehr dieses dachte, ich möchte den Menschen einfach mehr Lebensqualität schenken und das ist so einfach, ja, ich brauche gar nicht, wir machen die Firma, schicken die Produkte sowieso raus, also wir haben da gar keinen Ärger mit, wir brauchen einfach nur reden und das kann ich ja, wie ihr hört, ziemlich gut und lange, also du machst dann einfach auch die rote Ampelfloh, okay? Mach erst mal, meine Lieben. Und ja, und dann ist es folgendes passiert, letzte Woche hatte ich ja nicht so viel Zeit zu reden, deswegen, da waren wir ja so viele auf der Bühne. Also vor fünf Jahren habe ich zum Beispiel einen schweren Reitunfall gehabt, das muss ich ganz kurz erzählen, ich darf, und hatte mir schon ein tolles Team aufgebaut. Ja, ich war immer noch IMM und wenn du jetzt denkst, das geht hier ganz schnell, du bist ja Präsident, dann kann ich dir sagen, das kann passieren, aber das ist auch wirklich zwei Prozent gleich, aber in der Regel ist das hier wie so eine Ausbildung, drei Jahre, dann verstehst du auch unheimlich viel nach drei Jahren, aber man braucht schon eine gewisse Zeit und wenn du ein gewisses Tempo angehst, dann wird es auch schneller werden. So, ich war jetzt vier Jahre IMM, aber auch ein guter IMM mit 15.000 Punkten, 18.000 Punkten, also das sind dann auch schon so zweieinhalbtausend Euro, so roundabout, sage ich mal, und hatte dann meinen Reitunfall. Ich habe mich mit meinem Pferd überschlagen, Verdacht auf Oberschenkelamputation, jeder, der mich kennt aus dem DSC auch, der weiß, ich habe da so eine fette Narbe, sieht aus, also meinen Enkelkindern kann ich später erzählen, mich hat ein Panzer überrollt, also das Ganze ist aber wirklich gut gegangen und was ich damit sagen will, ich war so sechs Monate außer Gefecht, ich konnte nicht laufen, mental ging es mir schlecht, man wusste nicht, was passiert damit und in der Zeit denkst du ja, bekommst du ja normalerweise Krankengeld nach sechs Wochen, ist ja eine ganz logische Geschichte und bei diesem Geschäft ist es halt so, mein Team hat, mein tolles Team hat einfach weitergemacht, die haben mich unterstützt, die haben mich, die sind auf Veranstaltungen gefahren, mein Heiko ist auf jeder Veranstaltung gewesen und hat mich dort vertreten, das Team hat, da ist nichts mit stagniert gewesen, es ist weiter gelaufen, es ist weiter, es ist gerollt und das ist halt einfach so toll, du bist krank, du bist wirklich krank und das Geld kommt weiter und das ist so eine Geschichte, die erzähle ich ganz gerne, weil die ist wirklich bewegend und die hat mir dann irgendwann gezeigt, ich möchte raus aus diesem Hamsterrad und ich möchte das ganz gerne hauptberuflich machen, ich möchte ganz gerne das PM-Geschäft hauptberuflich machen, und ich reise gern, all diese Dinge und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, nach 30 Jahren zu kündigen tatsächlich, 30 Jahre zu kündigen, ich wollte einfach ein freies Leben, ich wollte mit meiner Tochter Jolina viel Zeit verbringen, weil ich bin ja ziemlich spät, habe ich sie bekommen, also ich werde immer älter, ich möchte einfach intensiv Zeit mit ihr verbringen und nicht ständig im Geschäft sein und das war mir wichtig und für die Familie einfach mehr Zeit und auch mehr Lebensqualität und dann habe ich die Entscheidung getroffen und ihr könnt euch nicht vorstellen, die haben alle um mich herum gesagt, sag mal, bist du gescheuert, du kannst doch nicht kündigen nach 30 Jahren, das geht doch gar nicht, du kannst goldene Löffel klauen, aber wir sind im Guten auseinandergegangen, ich mache hauptberuflich PM und nebenberuflich bin ich zwei Tage im DST Hannover, der eine oder andere, ich habe da ja schon gesehen und ja, so ist eigentlich mein Leben mit PM und mein Leben vorher gewesen und da habe ich für mich einfach einen Cut gemacht und genau. Ja, mega, lieber Andrea, ja, das ist auch echt der Hammer, was einfach so passieren kann, wenn man hier einfach mal durchzieht, also was würdest du denn jetzt sagen, was ist so das Besondere, also klar, die Menschen wahrscheinlich, das passive Einkommen, das ist so ganz toll, was sind so deine Highlights, warum PM eigentlich? Also, warum PM? Weil PM einfach die, Network Marketing ist einfach eine komplett geile Geschichte und ein passives Einkommen zu verdienen außerhalb, also in meinem Alter, ihr seid ja, ihr seid ja relativ viele Junge, aber grundsätzlich ein passives Einkommen zu haben, mehr Freiheit zu haben, ne, neben deiner Rente, stell dir vor, du kriegst eine Rente, was weiß ich, hätte ich gekriegt, keine Ahnung, 1200 Euro, ja, was willst du damit machen, alles wird teurer, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, bist ja alle, so und dann kriege ich meine 1200 Euro und jetzt bin ich im Presidensteam und habe da, wer das ausrechnen kann, eine ganz andere Summe, mit der ich geil leben kann, natürlich muss man auch immer etwas ans Finanzamt abgeben, gar keine Frage, man muss immer realistisch sein bei der ganzen Geschichte, aber was ich, es hat sich einfach, nach 30 Jahren gekündigt, zwei Tage im DSC Hannover und 80% PM, ich bin auf jeder, seit acht Jahren auf jeder Reise dabei gewesen, auf jeder Europa-Tour, weil ich einfach unheimlich gern reise und weil ich einfach mir die Bilder, die ich in meinem Leben sammeln kann, sammle und die Reisen sind mit PM einfach auch mega cool, weil du, da entstehen Freundschaften, das ist, ich will auch nicht immer sagen, eine Klassenfahrt oder eine Klassenlehrer, aber genau so ist es, weil es so, so viel Spaß macht und du hast Zusatzleistungen, ich bekomme vom PM halt auch, ich zahle Rente in gewissen Tagen und das kriege ich zurück, was die Katharina vorhin auch gesagt hat, ich habe jetzt mein drittes Auto bestellt, ich kann mir meine Termine so einrichten, dass ich das mit Julina, mit meiner Tochter oder auch mit Heiko, dass wir das absprechen, also diese Freiheiten einfach, das ist einfach, das ist einfach mein größtes Highlight und ich bin nicht das, wenn ich nicht so ein geiles Team hätte, ja, aber ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe vier Jahre war ich im M und irgendwann habe ich dann mal so eine Entscheidung getroffen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt nicht nur rumdümpeln als im M, ich will jetzt schon mal weiterkommen und habe dann wirklich, also das will ich auch echt damit sagen, weil viele sagen, wenn sie Neins bekommen, dann ist es ja so oft, dass man sagt, ach nee, bei mir funktioniert das Geschäft nicht, nein, nein, mein Freund, das stimmt nicht, sage ich dir, weil du musst ja so viele Neins sammeln, um Ja's zu bekommen und du hast zwischendurch mal, ich habe so tolle Menschen im Top-Management, ja, die Nein gesagt haben zu mir, aber ich bin da einfach drangeblieben und ich habe mich dann irgendwann mal nach vier Jahren tatsächlich, vier Jahre im M, habe ich mich vor mein Vision Board gestellt und mein Power Cocktail gesagt, Alter, jetzt beweg mal deinen Arsch, ich komme aus dem Knick, du willst mehr Geld verdienen, du willst da raus, also seit sechs Jahren habe ich, oder vor sechs Jahren habe ich gekündigt und dann habe ich nach vier Jahren gesagt, es war Dezember, mir fehlten noch, keine Ahnung, 10.000 Punkte zum VP und habe das Ding einfach durchgezogen und das habe ich ein Jahr später gemacht mit dem EVP und ein Jahr später mit dem PT, also weißt du, wenn du wirklich, wenn du es wirklich willst, und dann schaffst du hier alles und wenn du dieses, das ist so viel Freiheit, ich weiß gar nicht, wie ich das, ihr merkt, dass ich brenne und möchte jedem Einzelnen jetzt das alles erklären, aber so viel Zeit haben wir ja auch gar nicht, aber es ist einfach, Network Marketing ist einfach toll und PM hat mein Leben, unser Leben als Familie so sehr verändert und Lebensqualität geschenkt, mehr Leben, mehr Leben, die Arbeit gegen Leben ausgetauscht und anderen mehr Lebensqualität zu schenken, das ist das Schönste, finde ich, was es gibt, anderen Menschen zu mehr Geld zu verhelfen, dem Team, jeder, der da sagt, ich habe da eine Herausforderung mit dem Geldbeute, zu sagen, komm, wir machen das gemeinsam, das ist total toll und wenn du dann siehst, wie die Leute sich verändern, lebensverändern, das ist wahnsinnig und das ist das, was sich verändert hat und was mir Spaß macht und was einfach mein Leben ist. Ja, mega, mega toll, also du hast jetzt ein paar Punkte nochmal aufgegriffen, die ich sowieso sonst nachgefragt hätte, aber zum Beispiel auch mit der Reise kann ich auch bestätigen, wir waren jetzt, letztes Jahr, muss man jetzt ja schon sagen, letztes Jahr waren wir mit 3500 Menschen in Kroatien, das kann man sich halt nicht vorstellen, für sieben Tage einfach komplett eingeladen, das war der absolute Wahnsinn, also wirklich eine der schönsten Wochen meines Lebens, kann ich nur sagen, war unheimlich geil, genauso wie die ganzen anderen Sachen, wie du gesagt hast, also einfach mega, was man hier wirklich erreichen kann. Jetzt nochmal so, ja, so ziemlich zum Abschluss, was würdest du denn jemandem empfehlen oder was wären so deine drei oder deine Tipps, was du empfehlen würdest, wenn jemand gerade starten möchte oder vielleicht auch gerade einen Struggle hat oder gerade nicht weiterkommt, was würdest du dem empfehlen, was sind so die wichtigen Punkte? Das sind jetzt aber noch nicht meine Nuggets, ne? Du kannst deine Nuggets gerne raushauen. Also, wenn jemand nicht weiterkommt und als allererstes muss man sich ja fragen, warum kommt der nicht weiter? Es hat ja seine Gründe. Dann hat die Person auf jeden Fall einen tollen Sponsor und der Sponsor sollte sich auf jeden Fall in dem Fall dann um diese Person kümmern und die Sponsorgespräche gemeinsam machen. Ganz am Anfang kannst du das ja noch gar nicht, wenn du gerade frisch gestartet bist und hast fünf Leute innerhalb von drei Monaten, von zwei Monaten eingeschrieben und drei hauen schon wieder ab, weil du das Gefühl hast, wenn ich die jetzt anrufe und frage, ob sie das nächste Paket haben wollen, rufe ich mal lieber mich an, weil die könnten ja dann sagen, ich will das nicht mehr. Du musst ganz, ganz, ganz doll an deinem Mindset arbeiten, an deiner Persönlichkeit und wirklich nicht das Gefühl haben, du bist ein Bittsteller oder sowas und wir haben die geilsten Produkte, das wahres Gold, was wir in den Händen haben und wir brauchen uns dafür überhaupt nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil, jeder, der die Produkte nimmt und nimmt sie regelmäßig, Zähne putzen, morgens, abends, der wird Resultate haben, früher oder später. Und von daher, ich würde da einfach meinen Sponsor, ja, meinen Sponsor anrufen oder kontaktieren und sagen, ja, ich habe ganz gerne so eine Zielplanung machen, ich, das und das ist mein Ziel, wie kann ich vorangehen und das gemeinsam mit dem Sponsor und dann geht es irgendwann auch alleine weiter. Ja, mega, mega gut und wie du es natürlich auch vorhin schon gesagt hast, du musst wissen, warum du es tust. Also du musst ein Ziel haben, mach dir ein Vision Board, du musst halt ein brennendes, Verlangen haben, warum tue ich mir das jeden Tag an. Genau, das ist eins von meinen Nuggets so zum Beispiel auch, dass du einfach deine Ziele und Träume dir wirklich aufschreibst, dass du so ein Vision Board bastelst, hört sich total albern an, aber es ist einfach geil, weil du kannst dir nicht vorstellen, ich habe auf meinem Vision Board, was ich vor acht Jahren gemacht habe, ist lustig, ich habe schon drei. So, da ist ohne Kokolores, ich könnte es vorab fotografieren, vor acht Jahren, hatte ich so eine alte Küche noch, so richtig, was weiß ich, von Wohnung links nach Wohnung rechts und ins Haus und die Küche angemalt und keine Ahnung, da stand eine neue tolle Küche. Also vor sechs Jahren habe ich mir eine tolle Küche gekauft, dann ist da ein Pferd, das hat mir auch gekauft, mein zweites Pferd und dann steht da unter anderem wirklich, das ist so irre, Kuba und Las Vegas. Jetzt kannst du dir nicht vorstellen, Kuba, Las Vegas, da stehen auch noch Malediven drauf und Australien. ich war mit einigen Leuten von PM, also so als Challenge, da bin ich immer dabei, weil Reisen ist für mich das größte, Bilder mitnehmen, Challenge Kuba, wer ist dabei, Andrea? Dann Las Vegas, Ero, wer ist dabei, klar, da bin ich immer dabei, weil das ist einfach, da habe ich richtig Bock drauf. Und was ich damit sagen will, wenn du davor stehst und hast dieses Bild und hast dann, du möchtest den EMM machen, oder den VP machen, so ein Stück für ein Weiterdenken und du stehst vor diesem Bild, wo ein Pfeil nach unten ist mit einem Datum, dann und dann bin ich EMM, dann stell dich da vor mit deinem Powercocktail morgens, mach dir gute Gedanken, meditier oder lies ein gutes Buch, mach dir ein gutes Gefühl und sag, ich will das, ich habe ein Ziel, mein Ziel ist, mein Ziel war, viel Zeit mit meinem Kind verbringen und frei zu sein. Und hab dieses Ziel vor Augen, wenn du sagst, ich will ein Mini haben, ich will unbedingt ein Mini, da muss Ficklein draufstehen, dann hab diesen Mini vor deinem Augen, visionier, visionier, hab ich öfter, visionier das und stell dir das vor und du stehst dann vor diesem Board und sagst so, das will ich und dann, ich verspreche dir, das schafft jeder von uns, jeder schafft das, aber du musst natürlich auch deinen Arsch bewegen, von alleine kommt der natürlich nicht und wenn du da ein paar Nines kriegst, dann drauf geschissen, dann kommt der vielleicht in einem Jahr und sagt, ja, ich mach das, ne, dann sei nicht böse und nicht bockig, lass ihn da stehen, dann kommt der halt, der beobachtet dich und das ist einfach so, Ziele, Träume und jeder wird hier erfolgreich, wer will, ich hab euch gesagt, ich bin Bäckerei, Fachverkäuferin, erweitert der Realschulabschluss, ja, sitzen geblieben bin ich nicht, aber das ist jetzt auch nicht der geilste Job, hochgearbeitet, ja, viel getan, viel Schweiß, viel Arbeit und, aber das ist halt alles möglich, ja. Ja, mega, ja, dann hau doch jetzt noch mal kurz zum Schluss deine Nuggets raus. Das war jetzt eins gerade, das war jetzt mein Nugget, nicht gleich aufgeben, sondern für seine Ziele und Träume wirklich nicht knallhart, so wie du das haben willst, dein Tempo durchstarten. Das ist eines meiner Nuggets, das nächste ist Veranstaltungen, das hört ihr immer wieder von allen möglichen Liedern, die auf der Bühne sitzen, die sprechen, Veranstaltungen sind einfach, macht der Veranstaltung, da passiert halt viel, da ist irgendein Sprecher dabei, der drückt genau bei dir den Knopf, der das macht, was so Flo gesagt hat, was würdest du dem sagen, der denkt, ich komme nicht weiter oder ich komme nicht voran, geh auf eine Veranstaltung, wenn du schlecht gelaunt bist, wirst du auf eine Veranstaltung, nach der Veranstaltung wirst du gute Laune haben, du wirst motiviert sein, geh auf die nächste Veranstaltung, weil da knippst du dich vielleicht noch der nächste an, du lernst Leute kennen und am besten nimmst du zu jeder Veranstaltung ganz viele Leute mit, damit die auch angesteckt werden, damit dein Geschäft hier funktioniert. Das ist der zweite Nugget und der dritte ist, einfach wirklich einfach machen, nicht nachdenken, wirklich nicht nachdenken und einfach loslaufen, einfach sagen, ich will das erreichen und einfach loslaufen mit Begeisterung, mit dem Feuer in dir, mit den geilsten Produkten, die du hier in den Händen hast und dann kann das einfach erfolgreich, wenn du fleißig bist, vorangehst, den Leuten das Richtige sagst, ja, regelmäßig nehmen, Zähne putzen, morgens abends, nicht vergessen, zwischendurch anrufst, all diese Dinge, die kannst du mit deinem Sponsor besprechen, dann wirst du hier garantiert erfolgreich und das, es gibt so einen Spruch, hört sich total bescheuert an, aber es ist so, während die Schlauen noch nachdenken, stürmen die Dummen schon die Burg, zieh dir das jetzt mal richtig rein, wenn du denkst, dass du hier Ziele erreichen willst, ob es das Auto ist, ob es die Reise ist, ob es Freiheit, Zeit, Geld, egal was, dann zieh das durch, guck dahin, wo die Großen sind, wo die Lieder sind, die da, die total authentisch sind, die du umarmst, wenn du sie auf einer Veranstaltung siehst und sagst, ist das ein geiler Typ und ich will genauso bleiben, ich will genauso, mein Herz soll immer noch am rechten Fleck sein, ich will nicht, kein Überflieger sein, nur weil ich einen Titel habe, sondern das will ich und die machen tolle Sachen und such dir einfach die Person, die für dich sympathisch ist und zieh das hier durch. Ja, genau. Ja, mega gut, also das kann ich auch immer nur wieder sagen, hör auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst, also wenn du, wenn du, wenn du ein Sixpack haben willst, dann fragst du ja auch nicht deinen Onkel Günther, der einen riesen Bierbauch hat, sondern du gehst halt zu wem hin, der einen Sixpack hat, der weiß ja, wie es geht und dementsprechend genauso ist es hier auch im Geschäft, also hör auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst, genauso wie die Andrea zum Beispiel, also wenn du erfolgreich werden willst, dann frag die Andrea. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Andrea, für deinen mega special Part, ich habe jetzt in kurzer Zeit zweimal deine Story gehört, aber es ist einfach der Wahnsinn wirklich und du wirst das hier auf jeden Fall noch ganz, ganz weit bringen, das sehe ich schon. Ja, jetzt will ich mich nur noch mal kurz bei allen Sprechern bedanken, bei den lieben Katta, für die mega Geschäftspräsentation, bei der Hannah und bei der Sarah für die Erfahrungsberichte und natürlich lieben bei Andrea noch mal vielen, vielen Dank für deinen special Part, unheimlich wertvoll, danke, danke, danke. und ja, dann bleibt mir nichts anderes noch zu sagen, außer wenn du Bock hast zu starten, dann sprich jetzt am besten mit deinem Ansprechpartner, der weiß nämlich, was da am besten oder der beste Weg für dich ist und ansonsten, ja, wünsche ich euch maximalen Erfolg und noch einen richtig schönen Abend, lasst es euch gut gehen und bis bald. Danke. Danke.